Hallo meine Freunde der genoppten Steine und herzlich willkommen im Brickcamp. Ja, meine Sommerpause ist zu Ende. Für diejenigen, die mich regelmäßig verfolgen und normalerweise im Montag immer aufs Video gewartet haben, die wurden jetzt ein paar Wochen enttäuscht. Für die, die neu dazu im Kanal gekommen seid, herzlich willkommen. Und wenn ihr direkt das Review anschauen wollt, bei heute wird es vor Ort ein bisschen länger, geht in die Videobeschreibung rein, das sind Kapitelsprungmarken, und könnt da direkt aufs Review switchen. Und fangt aber bitte an bei der Bauanleitung und Aufbau, denn da zeige ich euch immer wichtige Punkte, die mir während dem Bau aufgefallen sind. Diejenigen, die meine Videos kennen, wissen das, das sind dann meistens so schöne bunte Fähnchen an der Bauanleitung drin, und auf die gehe ich dann ein, und dann schauen wir uns das Modell an. Für diejenigen, die jetzt nicht vorswitchen und spulen, sage ich erstmal ein großes, herzliches, dickes, oder wie auch immer, Dankeschön, dass ihr trotzdem mir treu geblieben seid. Die Abozahlen, die D-Abos haben sich jetzt in meiner Urlaubs- oder Pause, besser gesagt, weil Urlaub hatte ich keinen, ich habe nur ein bisschen Pause von YouTube gebraucht, doch sehr an Grenzen gehalten, hätte ich nicht gedacht, weil normalerweise bestraft ein YouTube da natürlich ziemlich, das wird auch mit diesem Video wahrscheinlich passieren, wenn man nichts tut oder sehr wenig tut, ist man für YouTube uninteressant. Nichtsdestotrotz freut es mich umso mehr, dass doch so viele da geblieben sind und nicht auf die Abo geklickt haben. Wir starten heute mit einem Set, ihr habt es im Thumbnail wahrscheinlich schon gesehen, einem Tiger. Mal wieder habe ich erst vor meiner Urlaubsphase euch ein Modell von Wanwan gezeigt, aber jetzt kam ein Set, das ich schon vor einer Weile vorbestellt habe von Reobricks, beziehungsweise ich habe es über Lesti bezogen, gehen wir auch gleich darauf ein, um was es denn in der Reihe geht, nämlich Lesti hat die Lizenz von World of Tanks erworben oder eine Kooperation dazu, World of Tanks ist ein Computerspiel, möchte ich gerade gar nicht großartig Werbung machen, vielleicht kennen es viele von euch, viele auch nicht. Ich habe es in der Anfangsphase auch sehr stark gespielt, hat aber dann Gründe gegeben, die es dann irgendwann mal aufgehört haben. Es ist nicht schlecht, es macht auch noch viel Spaß, aber es hat so seine Tücken, sagen wir es einfach mal so. Ein paar von euch werden die so eine Koop schon kennen, hatte nämlich vor ein paar Jahren die Firma Kobi auch schon mit World of Tanks und so ähnlich ist es dann auch hier. Wir haben hier, ich habe es im Original-Cartoon bekommen, und dann muss ich schon sagen, dieses Set habe ich vorbestellt, schon vor, ich glaube zwei Monaten, weiß gar nicht, aber seitdem es vorbestellbar war, habe ich mir das vorbestellt, weil viele von euch kennen meinen Motto Tiger kann man nie genug haben und darum hat es das Modell, was mich am meisten interessiert hat. Es gibt aber noch zwei weitere Modelle in der aktuellen Serie und die hat mir Lesti auch zur Verfügung gestellt noch, die habe ich nämlich dann angeschrieben, wo die Sets verfügbar waren, ob ich vielleicht die anderen auch vorstellen möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, why not, ihr kennt mich. Es gibt nämlich noch einen M4 Sherman und einen Toc 2. Was merken die Profis vielleicht unter euch, was dieses Thema angeht, World of Tanks und diese Modelle? Wir haben diesmal keine Modelle, zumindest jetzt in der ersten Welle, vielleicht kommen noch weitere, weiß ich nicht, muss ich ehrlich sagen, dabei, die, ich sage immer, Zeichenbrettpanzer waren, E100 zum Beispiel. Das war bei Kobi so der Fall, da war das ein oder andere Modell dabei, was es eigentlich Sony gab, sondern eigentlich nur aus dem Spiel raus. Fand ich hier ganz cool, dass sie klassische Varianten genommen haben. Tiger 1 natürlich mein absoluter Favorit. Hier ist auch wieder dabei, wie bei Kobi damals auch, Inclusive Bonus Code. Ihr kriegt dann, ihr habt da so eine Code-Karte drin, da ist dann hier oben, wo jetzt meine Finger drauf sind, ein Code. Wenn ihr den eintippt, kriegt ihr da gewisse Bonus-Sachen in dem Game, Crewbook, Booster und 10, Consumable, keine Ahnung. Wie gesagt, ich bin aus dem Spiel schon eine ganze Weile raus. Und dann gibt es noch einen Code für 7 Tage Premium-Account und ein bisschen Gold-Credits und Co. Da ist auch die Instruction mit drauf, was ihr da machen müsst, wie ihr das aktivieren könnt. Deswegen, es sind diesmal also keine typischen WOT-Panzer mit dabei, die es jetzt nur in World of Tanks gibt, die es nie in Real gab. Zumindest in der ersten Serie. Freut mich sehr. Wieso ist das bei Lesti sozusagen als erstes released? Denn hier hinten ist der Aufkleber drauf. Es ist von Moxage. Also das sind, ich weiß es nicht, da habe ich mich tatsächlich nicht näher informiert, ob es wirklich jetzt dieses Mal Eigendesigns sind oder ob sich da über das Moxage ein Designer gekrallt hat, weil normalerweise, so wie ich das weiß, ist Moxage die Firma jemand, der sich halt Designs organisiert einkauft und diese dann weiter vermittelt. Und da mit Reoprix ist da schon mehrere Sachen gelaufen. Die CH53 zum Beispiel, die ich euch gezeigt habe, war ja dasselbe Spiel. Hier ist es jetzt wie gesagt die ganze WOT-Reihe. Aktuell drei Modelle. Wenn wir hier noch auf die Verpackung eingehen, sie war sehr gut gefüllt. Ich muss sagen, es ist ein relativ kleiner Karton. Wir haben aber 1138 Teile drin. Das Set ist im Maßstab 1 zu 28 und es wird ab 14 plus empfohlen. Setnummer ist die 77031. Kostet aktuell bei Lesti 49,99. Ich weiß nicht, ob es die auch woanders gibt. Wie gesagt, das habe ich mir selber vorbestellt. Die anderen zwei wurden mir zur Verfügung gestellt. Bin da immer offen und ehrlich und sage das von Anfang an. Wenn ihr da Bock drauf habt, in der Videobeschreibung ist wie immer der Link zum Set. Das ist ein Affiliate-Link. Der ist halb so wichtig, aber passt auf, da gibt es von mir einen Rabattcode. Sie haben zwar dazu geschrieben, dass die nicht funktionieren. Bei mir hat es damals funktioniert. Also probiert es einfach aus. Probiert meinen Rabattcode aus. Das sind glaube ich, ich weiß es gerade nicht mehr auswendig, schlecht vorbereitet. Ihr kennt mich 20%. Dann wären es 40 anstatt 50 Euro. Und da kann ich schon mal vorneweg spoilern. Hat mir nicht viel Geld kaputt gemacht. Mehr gibt es jetzt so zur Verpackung und Co. nicht zu sagen. Normalerweise haben wir das Kapitel bei mir in den Videos auch gar nicht, weil meistens, wenn ich die Sachen aus China bekomme, sind die nicht im Original-Karton. Aber hier hält sich das Umpacken tatsächlich nicht rendiert, denn die Dinger sind randgefüllt. Darum ist auch der Bursche so klein. Der hat unter 1000 Teile. TOC 2 hat 1427 Teile. Ist auch der größte Karton. Und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Darum gehen wir jetzt mal in die Bauernleitung rein. Die ist ziemlich klein und trotzdem sehr gut lesbar. Sie haben es gut gemacht. Und ihr seht hier ein Haufen Fähnchen. Das hat aber tatsächlich nichts damit zu tun, dass das Ding Chaos ist. Sondern alles, was blau ist, ist was sehr Interessantes. Und da werden ein paar von euch wahrscheinlich auch gespannt sein, die ein bisschen näher in der Thematik drin sind, mit den Glemmbausteinen und Rechten. Wird hier, Achtung, kein Erklärbär-Video, keine Angst. Das ist nicht so mein Thema. Mir ist es aber aus Zufall aufgefallen beim Bauen. Deswegen möchte ich euch auch die Sachen zeigen. Teilweise blende ich euch dann oben Detailbilder ein, die ich gemacht habe während des Baus. Ich habe aber nicht von allen Teilen, die ich euch zeige, Bilder gemacht. Deswegen nicht wundern. Ihr habt insgesamt, boah, lasst mich lügen, vier Bauabschnittstüten. Große. Und in jeder Bauabschnittstüte sind fünf bis sechs kleine Tüten. Es funktioniert hier, das ist nicht immer bei Rehobrix der Fall, aber hier kann ich es wieder sagen, funktioniert es tadellos. Wenn ihr Tüte 1 von 1 aufmacht, fertig bauen. Dann Tüte 1 von 2. Diese Unterteilungen seht ihr hier drinnen nicht. Ihr seht in der Bauanleitung nur Bauabschnitt 1 und was hier in dem Bauabschnitt 1, wie das Fertige aussieht. Merkt ihr selber, wenn die Teile leer sind, nächste Tüte aufmachen. Es ist aber, finde ich, super gerade für Leute, die jetzt nicht den Luxus, wie manche von uns haben, ein Klemmbausteinzimmer zu besitzen, Hobbyraum oder Co. Und das Zeug nicht einfach liegen lassen können, wenn man einen größeren Bauabschnitt aufmacht. Auch wenn ich weiß, viele Triggers und sagen, hey, den mache ich noch fertig, aber wenn man bloß Lust hat, so ein Stück weiter zu bauen, für die Genießer unter euch, funktioniert das einwandfrei. Ihr könnt wirklich Tüte für Tüte aufmachen und nach und nach bauen. Hat super funktioniert, habe ich auch so gemacht und macht echt mega Spaß, finde ich. Wir haben insgesamt die Bauschritte, habe ich diesmal nicht durchgezählt, weil es sind halt fünf Bauschritte und in jedem Bauschritt fängt es wieder von A1 an. Bauabschnitt 1 ist dann A und dann gibt es halt A1 bis A60, keine Ahnung und so weiter und so fort. Was habe ich hier so gefunden? Ich kann vorneweg schon mal sagen, der Bau an sich war, bis auf ein paar Sachen, die ich euch dann am Modell zeige, durchgehend sehr gut. Also es war jetzt nicht wirklich was dabei, wo man, wenn man ein bisschen aufpasst, beim Bauen irgendwie ausrastet. Die Steinequalität war gut, bis schon sehr gut. Also vielleicht war es auch bautechnisch geschuldet, weil ihr nicht wirklich viele Blade-of-Blade-Geschichten habt, wo ihr ewig viele Sachen sandwichen müsst. Aber es hat sich alles super klemmen lassen. Es hat alles super gelaufen. Sogar die Technikteile haben gut funktioniert, was ja immer so, dass normalerweise dann so, ja, dass der Manko ist. Ich finde chinesische Hersteller, die in Technik gut sind, Kada, Moldking, TGL, Happy Build, die haben es dann mit den Systemsteine-Sets meistens nicht. Moldking verwendet Go-Brick-Steine, haben wir das Thema nicht, aber bei Kada merkt man den Qualitätsunterschied zwischen einem Technikmodell und einem normalen Modell. Unheimlich. Und hier war ich wieder, bei Panos ist das auch so, da merkt man, okay, das mit den Basissteinen funktioniert, die Technikteile, meistens wenn es so auf die letzten Millimeter Halt ankommt, scheitert es. War hier nicht der Fall. Es gibt trotzdem ein paar konstruktive Geschichten, die so mut sind, zeige ich euch am Modell. Wir gucken jetzt hier mal rein, was sagen die Fähnchen. Das erste blaue Fähnchen, da blende ich euch auch ein Bild rein, ist desigingeschütztes Teil. Mich hat es echt gewundert, es ist gerade wieder ein aktuelles Thema. Die ersten Videos, habe ich gemerkt, ploppen auf, dass ein Händler anscheinend in Frankreich mit Lego gerade ein Problem hat, wegen Kobi. Ich habe mich da nicht näher informiert, deswegen verzeiht es mir, wenn mich da jemand aufklären will, gerne in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall gibt es da anscheinend auch gerade wegen des eingeschützten Teilen ein bisschen Trouble. Und hier geht es um die 2x2 Jumper Blade. Wie gesagt, hier oben ein Bild. Und die haben sich ein bisschen abgeändert. Und das hat mich dann erst gewundert. Also, ja, mich hat es allgemein gewundert, weil ich so, wir müssen jetzt nicht groß streiten. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne einen Kommentar an euch da drinnen unterhalten. Freut mich. Ja, pusht das Video. Ob das ausreicht oder nicht, da bringen die ganzen Diskussionen nichts. Denn solche Abänderungen, ob das wirklich taugt oder nicht, können nur, wir kennen die Leier, irgendwelche Gerichte ändern. Das soll uns nicht interessieren. Wichtig ist, dass es trotzdem funktioniert und nicht total dämlich aussieht. Finde ich. Dann haben wir den ersten Punkt, wo ich sagen muss, oh, da muss man, müsst ihr aufpassen, typisch Ketten. 120 Kettenglieder sind dabei. Ihr sollt zwei Kettenstränge A60 machen. Ihr braucht aber 61, dass ihr den schönen, ja, typischen Tigerdurchhang an der Kette habt. Weil sonst ist die auf Zug, auf Spannung. Und das sieht beim Tiger einfach nur, ja, nicht gut aus. Dann haben wir nochmal das Sein geschütztes Teil. Wie gesagt, die ganzen Blauen sind das Thema. Und, das war auch, ich nehme das Teil hin und denke, es sieht aber komisch aus. Und mir ist es erst sozusagen so im Nachgang gekommen, wie so sieht es auf einmal komisch aus. Und das ist dieses Teil hier. Ja, denn die kleinere Version ist anscheinend nicht mehr geschützt, die größere Version nämlich schon. Blenden sie auch nochmal, dass ihr es ein bisschen vielleicht besser seht als Originalteil. Diese Round Plate haben sie sich da auch abgeändert. Macht jetzt da kein, sie funktioniert, das ist wichtig und dann passt es. Das kennen wir, dieses Design, wenn jemand von euch schon mal Human Keyplay gebaut hat. Das sind diese 1x2er Brackets. Die sind abgerundet, da habe ich jetzt tatsächlich kein Bild gemacht. Das ist mir erst im Nachhinein beim Anleitung nochmal durchgucken aufgefallen. Das ist mir, wie gesagt, von Human Keyplay bekannt. Die haben das schon länger so. Dann haben wir hier ein Thema, was mich ja, was ich schon bei manchen Reobricks Sets gesagt habe, ist dieses C-Clems. dass diese C-Clems hier manchmal ein bisschen viel Friction haben, also sehr stark klemmen und es schwer geht aufzumachen. Da habe ich euch hier mal ein Bild, blende ich euch ein, gesehen, dass der Angusspunkt, weil ich da auch wieder aufgepasst habe beim Bauen, dass die Angusspunkte nicht sichtbar sind, obwohl das echt sich in Grenzen hält. Also auch da, wo ein Angusspunkt ist, muss man schon genau hingucken, dass man den sieht. Bei den Blades seitlich, finde ich. Das ist sehr selten, sehr markant hell. Die haben den in der Klammer drin und der steht leicht hoch. Das verursacht natürlich dann auch ein bisschen mehr Widerstand, macht jetzt hier bei dem Modell nicht wirklich viel aus. Dann kommen wir, mal gucken, wieder zu einem desigengeschützten Teil. Glaube ich zumindest, dass das der nächste Marke ist. Ist jetzt hier ganz schwierig zu erkennen, deswegen haue ich euch da ein Foto rein. Es geht hier um diesen Brick Modified in 1x2 Bild oben rein. Den haben die so an den Kanten ganz leicht abgerundet. Ja, okay. Und im Bauabschnitt D54, das ist ja auch immer das Witzige, diese 2x2 Curved Slopes, die sind nicht geschützt. Aber die 1x2. und deswegen hat die so lauter Kanten drauf. Es fällt gar nicht so unheimlich auf. Ich zeige euch auch die Sachen im Modell. Es geht. Also, hm. Dann kommen wir aber jetzt noch zu zwei Punkten, die ich ein bisschen schlechter fand. Zeige ich euch im Modell, wie gesagt, auch nochmal meistens da, wo ich es euch zeigen kann. Und das ist die Turmkonstruktion. Ihr baut hier hinten das ran und das ist dann hier so dran und nur oben, nur von oben erhalten. Wird nicht mehr unterbaut. Das ist der Turmheck. Das ist echt doof. Also, allgemein kann man sagen, ist die Schwachstelle in dem Modell der Tür. Und dann haben wir, wenn ihr dieses Turmgerippe besser gesagt, was man hier baut, hier unten aufsetzen müsst, da gibt es dann eh noch einen Tipp, die Innereien draußen lassen, bis ihr komplett fertig seid und nachher den Turm einmal komplett reinsetzen, wird nur auf einer 1x4 Prick aufgesetzt. Also, das ist schon eine fragile Nummer. Das wäre es zum Aufbauen BA, deswegen gehen wir gleich ins Modell und schauen uns das an. Da kann ich euch dann nochmal die Punkte zeigen. Marsch von 1 zu 28 habe ich am Anfang schon gesagt, ich habe es auch nachgemessen, das baut auch hin. Ich zeige euch nachher noch zum Schluss den 1 zu 28 von Guang Guang, späte Ausführung, den ich hier noch stehen habe, dass ihr mal so einen Vergleich habt. Ist ein bisschen unfairer Vergleich vom Design her, aus dem Grund Guang arbeitet mit dem Stein-Sortiment von Kobi. Hier reden wir eigentlich tatsächlich nur von Standardsteinen, Teil-Sortiment also jemand, der keinen Bock auf Alternative hat, kann sich zu einer Anleitung organisieren und kann das komplett aus dem Lego-Sortiment nachbauen. Wahrscheinlich dann nicht in dieser Farbe, weil es nicht alles in Darktan geben wird von Lego. Die Steine, die man hier braucht, zumindest wahrscheinlich die 2x6 Fliesen, die hier zum Beispiel verbaut sind, meines Wissens gibt es die nicht von Lego. Da wird es ein bisschen schwieriger, aber er wäre theoretisch mit dem Teilesortiment nachbaubar. Deswegen finde ich das auch immer ganz cool, auch wenn ein paar Teile verbaut sind, die Lego heutzutage nicht mehr produziert. Deswegen gibt es halt dann Sachen, wo man vielleicht schwieriger rankommt. Das ganze Teil hier ist wie gesagt in Darktan. Nicht wundern, ihr seht ja hier ein paar Sachen drauf. Ich habe ein paar Drucke aufgebracht. Es fehlen aber auch viele, denn wenn wir uns die die Verpackung anschauen, sind hier Türmnummern drauf, Hoheitsabzeichen, die sind auch mit dabei. Zeige ich euch, es sind nämlich Sticker. Die sind mit dabei, da hatte ich jetzt keine Lust, weil die man ganz zum Schluss aufbringt, die dann aufzubringen. Da hätte ich jetzt nicht so vielleicht die ruhige Hand dafür gehabt und da habe ich mir gedacht, so lassen wir. Es sind auch wieder Transfersticker, deswegen haben es ein paar geschafft und wenn man euch die anguckt, das sieht halt echt aus wie Drucke. Außer wenn man genauer hinschaut, seht ihr das, der ein oder andere nicht so ganz symmetrisch oder gerade ist, das ist so einer der Gründe, wieso ich keine Sticker aufbringe normal. Die habe ich einfach mal aufgebracht, weil die während des Baus aufzubringen sind und da habe ich gedacht, komm, das machst du, sie sind mir auch einigermaßen gut gelungen und ich liebe Transfersticker. Also normale Sticker, es ist bei mir eine ganz schwierige Nummer, dass ich da mal einen aufklebe. Transfersticker bei der CH53 habe ich tatsächlich alle bis auf zwei, weil ich sie vergessen hatte, aufgebracht. Wenn ich da richtig Lust drauf habe, mache ich das, weil die sehen auch einfach sehr, sehr gut aus, wie in Druck, wenn man es richtig macht. Ihr habt halt nur das Problem für diejenigen, die es nicht kennen, das ist so wie früher als Kind, diese Tattoos, die man sich drauf gemacht hat, feuchtbarern draufkleben, kurz warten, Trägerfolie abziehen, also einmal drauf, drauf, weil nochmal abziehen und verrücken ist nicht, für diejenigen, die es nicht kennen. Er ist cool gemacht, auch hier mit dem Schachtellaufwerk, ihr seht, das ist relativ flexibel, das hat aber auch einen kleinen Nachteil, denn, wenn wir hier drunter gucken, ist das hier mit so einem HF-Pin eingestöpselt, also es ist ziemlich labil. Für 90% der Leute, für uns, die sich das Ding bauen und einfach nur in die Vitrine stellen, ist das total unrelevant, weil es muss nicht fahren, wenn das Teil motorisiert wäre, könnte es Probleme machen, denn auch wenn man sieht, lässt sich so einiger Miasen gut bewegen, liegt dran, wie viel Luft lasst ihr, wie stark klemmt ihr es und da habe ich nicht auf allen Seiten aufgepasst, die eine Seite läuft bei mir besser wie die andere. Ich finde den Turm, jetzt fliegt gerade das Turmrohr ab, auch gut, weil es hier nur so aufgenobbt ist, aber wie gesagt, wenn das Ding in der Vitrine steht, interessiert es nicht. Ich finde den Turm auch von der Dimension her fast ein bisschen mächtig, obwohl wenn ich gerade rüberschiele zum Wang Wang, ist es gar nicht so krass, nur die große Frontblende, weil die noch einen Ticken breiter ist oder so wirkt, macht die den Turm ziemlich breit und fett. geht aber trotzdem, also das ist jetzt kein Totschlag- Argument. Ihr könnt hier oben aufmachen, aber natürlich nichts reinsetzen, dasselbe hier auch, das ist so eine Fake-Blende und sie gehen einigermaßen gut auf, obwohl ich das euch gezeigt habe, mit der relativ kräftigen Friction, das hat mich auch gewundert. Dann kommen wir jetzt mal zu so einem Punkt und das ist der Turm, den probieren wir jetzt mal hier rauszunehmen. Da ist diese abgeänderte Plate, die von unten sieht die gleich aus wie alle anderen und hier vorne hängt nur das Kanonenrohr dran und nur hier hinten auf dieser Brick-Reihe sitzt der ganze Turm und das ist halt schon uh, also ich kann hier gut wackeln, da muss man ein bisschen aufpassen und wenn ihr hier drunter guckt, es ist hier halt nichts miteinander verbunden, es geht auch von der Höhe nicht, ich müsste sonst hier tatsächlich nochmal irgendwie mit einer 4x4-Round-Blade unterbauen, um dass ich hier unten drunter vielleicht so ja so Base-Blade-Höhe noch was drunter mache, dann hätte ich auch eine leichte Luftkante zwischen Turm und Wanne. Ich sag mal so, wenn man das einigermaßen sauber ausrichtet, macht das nichts aus und wenn man das Ding sich nur in die Vitrine stellt, ist okay, aber da muss man halt ein bisschen aufpassen und das finde ich ist halt schon leider schade, dass das hier ein bisschen fragil ist, es gibt da Türmlösungen, die wesentlich stabiler sind und darum ist das hier so ein bisschen schade. Das ist auch das einzige Teil, wo ihr ein bisschen aufpassen müsst und vielleicht nicht immer 1 zu 1 nach Bauanleitung bauen. Wie gesagt, das Unterteil baut ihr eigentlich dann in irgendeinem Bauabschnitt dann da unten rein und dann bleibt es drin und bis ihr den Turm fertig habt, dann sollt ihr den Turm von oben draufsetzen. Nimmt das Unterteil raus, baut es hier mit Gefühl und guckt, wo ihr immer sauber dagegen halten könnt zum Drücken, zusammen und gut ist. Dann spart ihr euch da einen Haufen Stress. Ich finde auch mal die gebaute Mündungsbremse ganz cool, klar für diejenigen unter euch, die Kobik oder Gwangwang gewohnt sind, mit da ein bisschen Formteil, damit es richtig schnick aussieht, anderen Slopes, ist natürlich das Design nicht das, was einen, wie soll ich sagen, vom Hocker haut. Ich finde ihn aber trotzdem für Standardteile, Sortiment sehr gelungen und auch die Teilequalität gab es diesmal gar nichts zu motzen. Mir haben auch die Daumen nicht wehgetan oder so, das ist bei manchen Fliegern, wenn ihr wirklich mehrere Platelereien aufeinander bauen müsst, schon ein bisschen anstrengender. Man kann jetzt dann auch hier schön erkennen, wir haben hier vorne zum Beispiel, wo die Tarnscheinwerfer gehalten werden, dann diese Jumperblades. Man erkennt es halt hier ein bisschen an den abgerundeten Kanten und hier an dem Spalt, der da noch mit drin ist, dass das halt andere Teile sind, also halt eine andere Form haben, wie das, was man sonst so kennt. Sonst sieht man von hier außen, von den abgeänderten Teilen eigentlich nichts, das ist alles so verbaut, dass man da nichts mehr erkennt. Man kann hier vorne die 4x4, das geht am leichtesten, wir können nämlich auch hier Fahrer und Beifahrer, also Funker-Luke aufmachen, das geht auch, dann kann man reingucken, da sind sogar Stühle drin, damit man ein bisschen besser reingucken kann, kann man hier die Blade rausnehmen. Da könnte man auch theoretisch Figuren reinsetzen, weil wie gesagt, das sind vernünftige Stühle drin, die Stühle sehen aber auch anders aus, wie man sie kennt, die haben nämlich in der Mitte ein Loch, erst mal ungewohnt. Was mir gefallen hat, ihr seht hier dieses graue Inlate, das da, das ist bei Guangwang oft oder bei Kobi auch nur so reingelegt und es nervt ein bisschen. Hier ist es tatsächlich vollflächig verbaut, auch wenn unten drunter ein bisschen was verbautes. Man sieht auch die schwarze Antriebswelle, die vor zum Getriebe geht. Ihr könnt auch hier hinten, das ist ein bisschen aufwendiger, dazu muss man hier die zwei Rohre hochklappen und dann kann man auch hier aufklappen für den Motor oder da bräuchte man jetzt, wie ich, lange Fingernägel, kann man dann auch noch hier die Klappen aufmachen. Es ist immer so nice to have, wenn man da reinschauen kann, je nachdem wie man so ein Modell sich im Diorama oder in der Vitrine, manche machen ja auch in die Vitrine kleine Mini-Dioramen positionieren will, hat man halt dann die Option, ein bisschen was mit Innenraum zu zeigen oder irgendwas aufzumachen. Finde ich immer ganz cool. So im Allgemeinen kann ich sagen, so würde man dann schon mal fast Richtung Fazit rutschen, aber dazu gucken wir uns erst mal noch an, was bleibt übrig, das vergesse ich immer gerne oder was gehört noch dazu, denn tatsächlich sind ein paar Teile übrig geblieben, für Reobricks total ungewohnt, nicht ungewohnt ist der Delfin-Teile-Trenner, dann haben wir ein paar Kettenglieder, die waren aber auch qualitätstechnisch wirklich wieder super, das ist so, finde ich, ein mühweicheres Kunststoff, was man von den Steinen her kennt, somit lassen die sich sauber verklemmen, ich habe da keine Gussgrade dran gehabt, nichts, Teilequalität da auch wieder sehr gut, wirklich. Baut es mal, probiert es mal, gebt euer Feedback unten in die Kommentare. Der einzige Druck, der mit dabei ist, ist diese Plakette auf einer 2x 6 Fliese, World of Tanks, Rio Bricks, finde ich auch nett, weil da hat man halt wenigstens nur ein bisschen Werbung mit dabei, ne, ich finde es so cool, ich sammle solche Sachen, die kommt bei mir an die Sammelwand von meinen Fliesen. Nett, dass man es hat, sie hätten vielleicht auch auf das Rio Bricks Logo verzichten können, vielleicht nur das WOT Logo und dann hinschreiben können Tiger 1, dann hätte man es sich schön mit in die Vitrine stellen können, aber kann man auch so machen. Fazit. Das Set hat mir sehr viel Spaß gemacht zu bauen, die Teilequalität war, fand ich gut, okay, ich habe eine längere Baupause gehabt, ja, stimmt nicht, ich habe wirklich nur Pause von Social Media und YouTube gemacht, die habe ich gebraucht, ich habe einen neuen Job angefangen, ein paar von euch wissen es und somit war da erstmal der Fokus und da war die Zeit nicht so da und auch tatsächlich bei der Hitze die Lust nicht. Habe trotzdem zwischendrin gebaut, das eine oder andere Set und muss dann sagen, wo ich das gebaut habe, ist mir nichts aufgefallen. Wie gesagt, bautechnisch gibt es ein paar Dinge, die könnte man anders machen, was ich noch vergessen habe, euch im Modell, bei der Modellerklärung zu zeigen, ihr habt hier vorne eine Achse, die ziemlich weit rausguckt, somit hat man da hier so ein bisschen Spiel, aber wie ich gesagt habe, wenn das Ding steht, interessiert es nicht und man sieht es nicht. Oder auch hier vorne, das ist hier nur an einer Hinge, so ein verstellbarer Hinge Brick drauf genobbt, dasselbe hier vorne, das ist auch nur an einer Hinge Plate dran gesetzt, aber es hält trotzdem und fliegt nicht ab, also steine Qualität ist in Ordnung, ist tatsächlich schon sehr gut, preis-leistungstechnisch auf jeden Fall sehr gut. Für einen Fuffi mit Rabatt vielleicht sogar ein bisschen günstiger, kommt er hier an einen günstigen Tiger 1 und man kann eh nie genügend haben, ist mein Motto zu dem Thema, das ist jetzt glaube ich mein siebter oder achter, ich weiß nicht, aufgebaut sind es nur vier oder fünf und dann sind noch ein paar verpackt von diversen Herstellern, aber er war echt cool, hat Spaß gemacht, ich mag das immer, ich weiß ein paar von euch, denen ist der Detail genauer drei Designs sehr, sehr wichtig, ich mag das aber auch immer mal, was sozusagen aus klassischen Klemmbausteinen zu bauen, was ist klassisch, aber man darf schon auch sehen, dass das Klemmbausteine sind, ist bei Kobi manchmal schwierig zu erkennen, weil sie das schon ziemlich gut hinbekommen haben, das so gut umzusetzen, aber das ist halt wie gesagt eine nette Abwechslung. Preis-Leistung absolut zu empfehlen, alles in Darkton, in der Bauanleitung ist die Farbe nicht ganz so gut zu erkennen, ihr habt aber keine Farbseuche drin, alle Teile, die andersfarbig sind, sind so markant andersfarbig, dass man sie sehr gut erkennt, darum gibt es eine Farbabweichung, da habe ich auch keine wirklichen Repests gestellt, die einem aus dem Gesicht, nicht aus dem Gesicht, ins Gesicht springen, somit soll es das gewesen sein, ich sage vielen Dank fürs Einschalten, erste Video nach so einer langen Zeit ist ein bisschen länger, für diejenigen, die es komplett angeguckt haben, sage ich vielen, vielen Dank, die jetzt noch dran sind und noch nicht abonniert haben, lasst gerne ein Abo da, Daumen nach oben, kommentiert, hilft mir ungemein, freut mich auch jedes Mal, ich werde auch anfangen jetzt wieder die Kommentare, die es die letzten vier Wochen gekommen sind, mal durchzulesen und zu beantworten, gelesen habe ich die meisten schon, ich habe bloß noch nicht darauf geantwortet, somit wünsche ich euch einen schönen Start in die Woche und ab sofort heißt es wieder, every Monday is soldier Monday, haut rein Leute, ciao, ciao